Mein Name ist Tom Bruse, Dr. Tom Bruse von der Pavone AG aus Paderborn. Ich bin Mitarbeiter der Pavone AG, ein sogenannter Pavoni. Die Pavone ist ein Hersteller von Standardsoftware und auch ein Beratungsunternehmen. Das heißt, wir sind immer da, wo unsere Kunden sind. Wir müssen sehr viel zu unseren Kunden fahren und haben entsprechend hohe Anforderungen an unsere Kommunikationsinfrastruktur. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem meiner Kunden und ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über meinen Arbeitsalltag erzählen. Wenn Sie denken, ich könnte nicht auch hier arbeiten, dann befinden Sie sich auf dem Holzweg. Arbeiten kann ich von überall. Egal ob im Zug, im Flugzeug oder im Auto, mein Büro habe ich immer dabei und immer alle Daten im Zugriff. Wie Sie sehen, bin ich heute ganz alleine im Besprechungsraum. Das liegt einfach daran, dass wir im Prinzip keine Besprechungsräume mehr brauchen. Unser Besprechungsraum ist das Internet. Wir bilden virtuelle Teams aus eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiter des Kunden und können uns so jederzeit und an jedem Ort treffen, um unsere Besprechungen abzuhalten und auch um zusammenzuarbeiten. Psst, ich kann gerade nicht. Wie Sie sehen, bin ich jetzt gerade im Meeting, aber ich melde mich gleich sofort wieder bei Ihnen. Collaboration bedeutet, dass jeder Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle Informationen hat, die er für seine Arbeit benötigt. Wir haben also Zugriff auf gemeinsame Dokumente, Zugriff auf alle Informationen und können uns sogar einen gemeinsamen Arbeitsplatz teilen, um dort virtuell zusammenzuarbeiten. Bei der Pavone hat die Zukunft bereits begonnen. Ich lade Sie herzlich ein, mehr darüber zu erfahren bei der Veranstaltung Business Querdenken Live am 25. März in Düsseldorf. Wir sehen wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020